Hi Leute, Tim Soat hier. Das letzte Set im Jahr 2022 steht bald in den Läden und man kann es im Pre-Release als Sealed spielen oder in Arena oder im Store draften. Also gucken wir es uns jetzt hier an. Der Krieg der Brüder. Wir gehen weit zurück in die Vergangenheit, um ikonische Charaktere und riesige Maschinen zu betrachten und sie uns um die Ohren zu pfeffern. Das Video ist wieder wie folgt aufgebaut. Ich erkläre kurz die neuen und alten Mechaniken, die einzigartig für Brothers War sind, dann gehen wir direkt in die zweifarbigen Limited Themen und gucken uns ihre Signpost-Ankommens und typische Comments für sie an. In einem Krieg gibt es auch Verluste und deswegen schauen wir uns genauer den Removal an, der in dem Set häufiger vorkommt. Und Bomben gibt es natürlich auch, die gehen wir zum Schluss an. Einzig wirklich neu in dem Set ist die Mechanik Prototyp, die recht simpel funktioniert. Die ausschließlich Artefakt-Kreaturen-Karten, damit haben zwei verschiedene Mana-Kosten, die bewirken, dass sie mit unterschiedlichen Farben, Stärke und Widerstandswerten ins Spiel kommen. Alles andere, wie Name, Typen und Fähigkeiten bleibt gleich. Sollten sie irgendwie anders ins Spiel gebracht werden, nehmt ihr einfach die unteren Normalen, wie gehabt. Wiederkehrend ist Exhumieren, die wirklich gefährlich ist und dafür sorgt, dass ihr immer jeden Friedhof im Blick haben solltet, denn Artefakte und Kreaturen mit dieser Fähigkeit kommen für einen Zug für die Kosten dieser Fähigkeit aus dem Friedhof zurück und erhalten Eile. Am Ende werden sie ins Exil geschickt. Bis dahin haben sie aber schon den entscheidenden Angriff oder ihren wichtigen Effekt schon gemacht. Und rein für die Vollständigkeit, auch wenn ihr das sehr wahrscheinlich nie hinbekommt, verschmelzen es zurück und ihr könnt euch damit ein Riesen-Ursa, Mischra oder Titania machen, solltet ihr in Sealed oder Draft beide Karten dafür bekommen und diese ausspielen können. Dann macht einfach was auf den Karten stehen und freut euch über den epischsten Limited Moment ever. Besonders für diesen Limited Guide sehr interessant, die Retro-Artefakte, die auch in jedem Draft Booster einmal auftauchen, dürft ihr im Pre-Release Pool oder nach dem Draften benutzen. Dadurch werden euch einige enorm starke Artefakte begegnen, wie zum Beispiel die Warm Coil Engine, Mind's Eye und Phyrexian Processor. Okay, das sind alles Mythische, aber unterschätzt auch auf keinen Fall Swiftfoot Boots, Jalom Tone und Foundry Inspector in diesem Limited Environment. Bei den Themen fangen wir dieses Mal mit dem blau-grünen Simic Ramp an, denn das zeigt auch noch genauer die neuen Kraftsteinspielsteine. Die machen ein farbloses Mana, aber das kann man nicht ausgeben, um nicht Artefakt-Zauber zu spielen. Heißt für Fähigkeiten geht es aber trotzdem und natürlich auch für die riesigen Mechs, die ihr in diesem Set raushauen wollt. Unsere Signpost ankommen ist hier die 4 Mana 3-4 Batterieträgerin, die alle unsere Kreaturen mit der Kraftsteinfähigkeit ausstattet und sie lässt uns eine Karte ziehen, wenn wir ein Artefakt mit Mana Wert 6 oder höher spielen. Dann wollen wir natürlich diese großen Gottsdruckte wie Wasserbombenkoloss spielen, um dorthin zu kommen, können weitere Kraftsteinerzeuger wie Agotische Opportunistin, Spaltung des Kraftsteins und Faladji-Auskrabung natürlich nicht schaden. Generell braucht man ja auch was Niedriges in der Kurve und in dem Thema sind die Kreaturen perfekt, die farblose teure, aber sehr gute Fähigkeiten haben, wie Weiser vom dritten Pfad und Agotische Sylphide. Raktors Sacrifice gibt es auch mal wieder mit dem Genie des Schrottplatzes, ein rot-schwarzer 2-2er für 3 Mana. Der macht euch auch einen Kraftstein, wenn er ins Spiel kommt, in dem Thema brauchen wir die aber eher zum Opfern. Wenn ihr das mit seiner 3 Mana-Fähigkeit zum Beispiel macht, kriegen alle eure anderen Kreaturen ein Stärkemeer, Bedrohlichkeit und Eile, was im Endgame gerne mal den Sieg bringt. Mit solchen Sack-Outlets wie auch Altar des Transmogranten sind Karten wie gexianische Infiltratoren, Goblins-Sprengläufer und Geschwister-Rivalität gleich noch viel besser. Was sich auch gerne opfern lässt, sind zum Beispiel die tollen neuen Ratten, nagendes Ungeziefer, die dann zu Removal werden können. Auch Exhumien-Kreaturen wie Mishras Juggernaut sind in dem Fall natürlich ultra passend, wenn sie am Ende des Zuges eh weg müssen. Blau-Rot hat eine ziemlich gute Ankommen mit der Ikonoklastin vom dritten Pfad. Izzet Spells kann im Limited öfter mal das Problem haben, dass es etwas zu wenig Kreaturen spielt, aber da hilft diese 2 Mana 2-1 gut aus mit 1-1 Soldatenspielstein bei jedem nicht Kreaturenzauber. Die sollte man echt versuchen mehrfach zu bekommen. In solchen Decks spielt man im Limited dann neben Removal gerne Zauber, die einem Karten ziehen wie strenge Lektionen und bitteres Wiedersehen, um ordentlich Plus zu machen. Schwebende Statue ist auch extra passend, denn sie ist eigentlich ein großer Flieger, zählt aber als Nicht-Kreatur, die sie selber dann auch wieder braucht für ihre Marken. Ebenso die ganzen nützlichen Artefakte aus dem Retro-Slot, die keine Kreaturen sind. Bravour-Kreaturen wie Zwergen-Schmiedesinger und Luftkommando passen natürlich auch sehr gut. Selessenia braucht in grün-weiß auch einen Haufen Artefakte in dem Limited. Diese können aber auch gerne Kreaturen sein, denn der 2 Mana 1-1 idiotische Abtrünniger spezifiziert das nicht weiter. Jedes eure Artefakte bringt mit ihm eine Plus-1-1-Marke mit. Exhumieren nutzt das gleich doppelt wie Tocasias Onulette oder die Spielsteine von Massenproduktion, eine gute Kommo mit dem Abtrünnigen. Die Maske des Jade-Künstlers kann ihn auch gut und gerne viermal triggern in einem Spiel. So ein paar Prototyp-Giganten machen sich natürlich auch nicht schlecht in dem Deck wie Eisenwagen-Brechmaschine. Ziemlich vielseitig geht es in rot-grün Gruul Stumpy zu mit dem Aberlesten-Ingenieuren. Eine 3 Mana 2-2, die euch entweder einen Schaden mitbringt auf ein Ziel eurer Wahl, eine Marke plus Trampelschaden und Eile für einen Zug auf eine große Kreatur oder einen getappten Kraftstein. All das ist sehr nützlich für die effizienten Beat-Sticks wie eigensinniger Balors, Kraftwerksarbeiter oder Riesen-Zundermaul. Kühnheit und Metallbeleberin sehen auch sehr passend aus für das Deck als ein Mana-Zauber. Mischras Dominanz lässt sich auch auf zwei Weisen einsetzen, um besser angreifen zu können. Etwas subtiler ist man wieder schwarz-blau mit Dimir Draw. Evangelist der Synthese bringt als 2 Mana 2-3 die Phyrexianer wieder ins Spiel und lässt uns auch einmal looten, wenn er ins Spiel kommt, also Karten ziehen, Karte abwerfen. Dadurch bekommt er auch gleich plus 1 Stärke und Bedrohlich, wobei er das eher dann in der nächsten Runde braucht, weil er keine Eile hat. Für Karten ziehen spielt man dann sowas wie Machtsteinbelebung und grauenhafte Erkenntnis, die nebenher eine Karte ziehen oder es als Option haben. Und auch Blubbernder Salber mag das Thema als wachsender Flieger. Ebenso der Adept von Latnam und Topter-Mechanikerin. In Schwarz-Weiß heißt das Thema offiziell Ors of Recursion und das heißt, dass ihr euch viel vom Friedhof wiederholt und vor allem aber alles bis Mana Betrag 3. Heldin der Dün macht das als 5 Mana 3-2 mit einem Artefakt oder einer Kreatur und gibt allem auf dem Feld bis zu den 3-Drops auch einen kleinen Stärkeboost. Lehmwiedergänger kann man dafür gut benutzen, der kann das sonst aber auch alleine für 3 Mana und triggert damit sehr oft die Trannwache-Verzauberung. Die Marken davon nimmt auch gerne die idiotische Sanitäterin mit Lehmverknüpfer, die auch sonst alle Bedingungen des Decks abhakt und Loran, Schülerin der Geschichte, die hilft auch gerne beim Wiederbeschaffen. Lufttransport-Kaplanen ist mit ihrem Effekt auch perfekt auf das Thema zugeschnitten. Der Friedhof darf gerne vollbleiben beim schwarz-grünen Golgari-Grave-Thema. Die Himmelsfischerspinne kann als 4 Mana 3-3 mit Reichweite eine nicht landbleibende Katze zerstören, wenn ihr eine kleine Kreatur zum Opfern übrig habt. Sie selber wird ins Exil geschickt, wenn sie stirbt, aber dafür gibt sie dann einen Lebenspunkt wieder für jede Kreatur im Friedhof. Also wollt ihr euch diesen füllen mit Karten wie Verschwenderische Ernte und Schüler des Gigs. Die Fülle dort ausnutzen tun dann Gixianische Schädelhäuterin, Gaeas Rennerin und Schlachtfeld schlechter. Was Gutes daraus wiederholen macht die Notschweißung. Asorius Blau-Weiß sind die Orsa-Farben und Soldaten-Tribal des Sets. Deswegen ist Jotische Taktikerin als 4 Mana 3-4 auch ganz simpel ein Lord für andere Soldaten. Also rein mit Vorhut der Phalanx, Aeronauten-Kavallerie und Westwind-Wachposten, die auch gute Fähigkeiten mitbringt, zum Beispiel Fliegen. Was das nicht hat, wird vom Luftmarschall unterstützt. Soldaten brauchen Schwerter und Kraftklinge des Veteranen passt dafür exzellent. Das klang schon recht aggro und natürlich ist das Thema für seine Fans auch wieder in Rot-Weiß-Boros. Falaji-Vorhut ist eine gute Top-Curve als 4 Mana 2-3 mit Erstschlag, die immer wieder wenn sie oder eine andere Kreatur ins Spiel kommt, einer Kreatur zwei Stärke mehr gibt für einen Zug. Ihr kennt den Drill. Gute One-Drops wie Kloster-Fling-Sperr oder Rekrutierungsoffizierin. Späte Power-Boosts wie Mischras Aufmarsch- und Hinterhalt-Absprungjäger. Infanterie-Rekruten halten die Akro am Laufen, auch wenn sie direkt draufgehen. Und wenn die Kurve gut kommt, wird Falaji-Kettentänzerin verheerend. Was macht man jetzt gegen Problem-Kreaturen und große Brecher? Ballert sie mit Removal weg. Dafür habt ihr in Weiß das klassische Entzauberung. Zerstört Artefakte und jeder wird Artefakt-Kreaturen in seine Decks packen, also rein damit ins Main-Deck. Haftstrafe ist als Verzauberungs-Removal immer nett. Ebenso statisches Netz. Tödlicher Gegenschlag kommt dann als Rache für getappte Kreaturen und im letzten Limited waren Kampftricks wie Lorentz Flucht sehr gut, also haltet auch da nach Ausschau. Niederlegung der Waffen lässt einen auch überlegen, ob man es mal Monocolor probiert. Im Blau tappen man am besten wieder die Kreaturen der Gegner dauerhaft mit Schwächesteinunterjochung oder Semidauernd mit Unfreiwillige Auszeit. Oder mal nur Einzug, wenn es wichtig wird, mit Ursas Zurückweisung, die wahlweise aber auch ein generischer Counterspell ist. In der Kategorie gibt es für zwei Mana noch Streuungsstrahl und wenn es um Tempo oder Spielsteine gehen soll, ist Maschine bezwingt Materie euer Freund. Der etwas bessere Tempo-Hit für fünf Mana ist dann desynchronisieren. Schwarz führt seinen Trend fort mit bedingten guten Removal. An die Kehle gehen bringt einfach nichts bei den mechanischen Riesen in dem Set. Entstellen ist auch nur was für kleine Gegner. Oder vielleicht besser als Kampftrick zu gebrauchen. Überwältigende Reue ist ganz gut, weil es ins Exil schickt. Aber teuer, es sei denn euer Friedhof ist gefüllt. Kraftstein-Fraktur ist günstig, aber ihr könnt es ohne ein Artefakt oder eine Kreatur zum Opfern gar nicht erst spielen. Und Korruption ist wieder eher in Mono-Schwarz stark, füllt dafür euer Leben aber wieder auf. Rot hat es dafür ganz gut mit Schadenszaubern für alles kleinere wie vernichtender Blitz und Grabungsexplosion. Die Hülle heiß machen gibt fünf Schaden für fünf Mana als höchstes der Gefühle. Aber ihr bekommt auch 10-10er Artefakt-Kolosse weg, wird sowas wie dem Erdboden gleich machen. Pyrrischer Sprengschuss kann anderweitig auch dafür eingesetzt werden, eure Gegner eure Roboter ins Gesicht zu schmeißen. Grün sieht auch stabil aus mit guten Kampfeffekten wie epische Konfrontation und Wegwarnung. Niederschießen ist ziemlich gut und mehrfach spielbar. Denn zwischen Fliegern, Artefakten und Verzauberungen findet man immer ein Ziel dafür. Wenn alles nicht hilft, ist Riesenwuchs als einer der besten Statboosts aller Zeiten immer wieder gern gesehen. Oder man greift zur Todesbührung wie auf der hortenden Einsiedlerspinne. Und wenn im Sealed oder Draft gar kein Removal mehr vorbeikommt, die Goblin-Brandbombe hilft einem aus und ist dank Kraftstein-Mahner auch nicht übertrieben teuer. Natürlich hat das Set heftige Kartensondergleichen und man kann da direkt mal wieder mit den Planeswalkern anfangen. Teferi und Saheli können beide Kreaturen-Spielsteine machen, Karten ziehen und auf mordgefährliche Ultis hinarbeiten. Was will man mehr, außer sie nicht beim Gegner zu sehen? Wiederholbarer Kart-Draw und Spielstein-Kreaturen macht auch Kolonnenverteiler in Weiß und der Luftangriffsoffizier in Blau. Sind nur als Kreaturen etwas leichter wegzubekommen. Nach was suchen wir sonst in diesem Kriegsset? Verlässliche Abwehr ist immer der Schlüssel zum Sieg und somit ist der phyrexianische Fleischfresser als Pseudo-Wurmcoil-Engine enorm heftig, vor allem wenn ihr ihn für 7 ausspielen könnt. Wer zahlt schon 7 Leben, um ihn wegzubekommen? Und auch der Rare Mishra-Zähler von Markfava bringt unsere Gegner ordentlich ins Schwitzen, denn plötzlich hat alles bei uns Abwehr, Opfer eine bleibende Karte und alle Artefakte bei uns auch noch exhumieren. Removal mit einem Plus kann man sich auch immer zweimal angucken, wie die 3-Mana-Glorious Ansem Grabenkampf, die plötzlich für 6 Mana zu einem Oblivion Ring werden kann. Und auch Tyrann des Kehrgebirges ist nicht nur ein 4-5-Shiven-Dragon, sondern ballert auch noch 4 Schaden, wenn er reinkommt. Und wenn der Stadtplanierer erstmal liegt und beginnt anzugreifen, wird euer Gegner mit den Kraftsteinen, die er von ihm bekommt, auch nichts mehr anfangen können. Und ansonsten ist sowas wie schmerzhafte Zwickmühle natürlich ziemlich fies, auch in Limited. Damit kommt euch euer Gegner nicht mehr hinterher oder überholt euch sogar, wenn ihr momentan etwas im Vorteil seid oder auch nur in einer Paz-Situation. Etwas fairer ist da verloren in der Geschichte als komischerweise mal grüner Boardwipe in dem Set. Damit kann man aber so einige Boards ins Messer laufen lassen. Das war es jetzt erstmal an Tipps. Natürlich gibt es noch einige Karten jeder Seltenheit und Kombination mit diesen zu entdecken, aber den Spaß will ich euch natürlich nicht wegnehmen für euer Pre-Release im Laden oder eure ersten Drafts mit Freunden oder auf Arena. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch für Gedanken zu den gezeigten Themen habt, liked und abonniert für die Limited Hilfen im nächsten Jahr und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann! Bis dann!